Backyard TV Hey, herzlich willkommen bei Backyard TV Spezial. Hattet ihr auch schon mal das Gefühl, dass im Karlsruhe überhaupt nichts los ist? Gut, hier gibt es ein hübsches barochisches Schloss und eine Pyramide auf dem Marktplatz. Aber eigentlich kann das ja nicht alles sein. Seid ihr auf der Suche nach tollen Partys und guter Musik, habt ihr keinen Bock mehr auf Flatrate-Saufen, Handtaschenhausen, Einheitsbrei, dann hat Backyard TV genau das Richtige für euch. Wir haben einen Blog gefunden für alle, die sich für alternativen Veranstaltungen und Kunst interessieren. Die Cavangarde. Ein Blog, der Subkulturen in Karlsruhe vernetzt. Man kann sich dort über Veranstaltungen informieren, man kann auch selbst Veranstaltungen posten. Hier findet ihr eigentlich alles, egal ob Hip-Hop, Punk, Rock, Techno oder Reggae. Cavangarde ist auch eine Plattform für Kunstinteressierte und Künstler. Hier können sich Künstler präsentieren, aber auch mit anderen Künstlern austauschen. In Karlsruhe hat es so einiges zu bieten. Hier gibt es Schriftsteller, Fotografen, Streetart-Künstler und sogar Animationsfilmer sind darunter zu finden. Aber wenn ihr Lust habt, geht einfach auf die Homepage und schaut euch das mal an. Wenn ihr jetzt Bock drauf bekommen habt, die Cavangarde kennenzulernen, dann ist die nächste Gelegenheit das Sommerfest am 3.7. Hier macht die Cavangarde eine kleine Tour mit der MS Karlsruhe über den Rhein und danach geht es weiter auf der After-Boat-Party in der Rock'n'Roll-Bar. Mehr Infos findet ihr auf www.cavangarde.de Das war BeckerTV-Spezial. Bis zum nächsten Mal. Eure Zolle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.